Na, wie geht's denn so? Und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Vielleicht der letzte Part? Wir werden sehen. Wow, was schießt der? Krass! Wow. Jetzt müssen wir den richtigen Weg hier finden. Oh, Portal. Aber nicht aktiv. Hm. Ja, wow. Geil. Gehen wir mal da hoch. Geht nicht. Doch. Geht. Hat zu gehen. Hilf mir, Wally. Hilf mir. Excai. So. Hier. Ein Licht. Hier gehen wir raus. Entschuldigung, es muss jetzt sein, aber ich muss mich anders hinsetzen. Oha. Also, mein Hund war ja schon okay, aber jetzt kann er sogar schießen. Ah. Ah. Hatte, tat. Hat. Feuer. Will auch schießen. Wo ist denn das? Hey, das kennen wir doch, die Maschine. Oder? Die Maschine war doch. Natürlich. Ja, noch eine. Ja, 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 ja. Und das ist die Maschine vom Vulkan. Mhm. Hier sind die ganzen Monster. Oh, rein da. Wo sind wir raus? Hä? Kann ich meine Basuka hier nicht benutzen? Ich fühle mich sicher, dass ich meine Basuka benutzen kann. Oh, oh, oh. Okay. Shit. Ich habe meine Basuka verballert. Für nichts. Ich komme jetzt weiter. Hier komme ich jetzt weiter, wie es aussieht. Hä? Jetzt? Vielleicht nur der Hund weiter. Hallo? Ich verstehe gerade nicht, wie es weitergeht. Aha. Ja, ich kann besser... Das Ding. Ich habe überlebt. Raus. Und Feuer. Der ist ja überwiegend, wenn ich so schieße. Wolli. Wir hatten einen harter Kampf hier. Zack. Ah, offen. Okay. Okay. Das ist auch noch kaputt. Zack, 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 zack. Das war ein anderes Spiel. Auch kaputt. Oh, gar nicht gut. Ein bisschen zu stark. Vorjahr. Oh, der hat überlebt. Oh, ja. Alter. Hält es aus. Das macht mir echt Angst. Wenn ich sterbe, dann war es das. Halt es aus. Hörbendlich. Ich kriege Angst. Oh, mein Gott. Ich muss mich gar nicht mehr halten. Hey. Hey. Guck mal her. Oh, mein Gott. Ich werde jetzt so kämpfen. Kann ich denn nicht irgendwie zaubern? Natürlich kann ich das. Oh, es macht nur eins aus. Okay. Das bringt nichts. Gut zu wissen. Feuer. Noch einmal. Ausweichen. Noch einmal ausweichen. Und noch einmal ausweichen. Und Feuer. Immer noch nicht tot. Das macht mir gar nichts aus. Juckt mich nicht. Hey. Komm. Was überbält er jetzt? Nice. Okay. Ist auch offen. Ich weiß nicht. Wie geht. Oh, ey. Das ist stressig. Ich weiß nicht, ob ich aufladen soll oder so kämpfen. Weil irgendwie... Oha, ich werde jetzt vorbei. Gleiches angebildet. Hey, was ist denn da los? Hallo, hallo. Chillt mal. So übel. Ja, oh wow. Ey. Ja, nervt mich. Mhm. Oh, kaputt. Ist das nicht offen? Wo sind gerade? Ich wusste gar nicht, dass es so stressig ist. Ich wusste es mir. Extrem stark sind. Aber... Es ist so stressig ist, wie zu kämpfen. Wir feuern auch so viel. Ausweichen. Ausweichen. Feuer. Da neben. Feuer. Feuer. Kaputt. Oh, wie viele Wege gibt es hier? Da geht es dann wieder raus. Ich bin gestresst. Ich bin genervt. Zehn Minuten kämpfe ich gegen die... Ich bin gestresst. Oh, opfer, ey. Wie gesagt, der... Oh, nee, der hört auf. Ich mag nicht mehr. Warum wuchs denn hier Zauber nicht? Hier. 3 bis 17. Der Nachbild durch. Super. Da, der male. Oder? Gibt es noch mehr? Boah, ey. Wie viel war. Groß ist es? als optimist irgendwie weit ich immer weg fliege es nervt doch hat mich erwischt natürlich hat mich erwischt wird doch endlich hallo endlich so jetzt wo ist der junge so alles offen gar kein problem mehr sein hier entlang zu gehen die stelle ich bin so weiter geht ist das stressig haben wir kommen jetzt voran hier kommen raus aus kann ich nicht weiter uah leide stirb was braucht schon kredit bringt es mir alles entlang kann jetzt bin ich einmal um den kreis gelaufen oder heißt es dass wally vielleicht jetzt weiter kann wo geht es raus da geht es raus wally ist aber schon draußen da geht es weiter ich verstehe nicht wie man rein kommt und raus kommt da rein hier muss man irgendwie da da haben wir noch eins wo wir noch nicht machen alles da 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 feuer also das ist stress ich dachte der letzte part aber wie ihr seht wir halten mich hin da komm ich hier rein da komm ich rein du mhm mhm sch okay krass das ist aber wie ein boss Ich stehe. Ich halte mir so viel aus, wenn ich Versuche hätte. Das wäre für mich auch schon leichter. So. Ich verstehe nicht, was ich tun muss. Da geht es auch immer weiter. Überall sind diese Ich konzentriere mich an dem Überleg. Was muss ich tun? Dieser Part endet. Das auch endet. Den will ich mal bitte besiegen. Den will ich dich besiegen. Ey. Stirb doch endlich. Oh mein Gott, das sind schon wieder so viele. What? Was ist der richtige Weg? Was ist der richtige Weg? Was ist hier los? Ich mag nicht mehr. Ich glaube, das Spiel zieht sich jetzt noch in die Länge. Durch diese. Ende. Würde ich so gerne ignorieren, aber wie ihr seht, kann ich ja diesmal nicht ignorieren. Goodbye. Ich bin eine ganze Folge dabei, die Dinge zu besiegen. Nicht, ob ich es nicht mehr war. Und wenn ich... Black and Black schmult es. Ich schwöre es. Ach so weiter. Da ist auch noch ein Ding, ey. Regenerieren sich aber nicht. Wer hat so einen Scheiß erfunden? Echt, ey. Scheiße, geh kaputt. Geh doch kaputt, Mann. Die Frage ist doch eher, wie kommt Phanom da rüber? Wie kommt... Bringt doch alles nichts. Phanom kommt hier doch gar an rüber. Nein, die regenerieren sich. Den habe ich doch schon gemacht. Nee, 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 nee. Die regenerieren sich hundertprozentig. Alter, ich muss den Park beenden. Ich... Ich muss echt... Mann! Alter, ja, ist klar. Die regenerieren sich nach einer Zeit. Ach komm, das ist doch ein Rotz. Nein. 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 Was? Okay. Okay. Los. Ich schiefe ein viel schneller wie ich. So, steh schnell da rein. Los. Schau schnell auf. Der Park binden. So nervig da. Geht jetzt voll schnell hier. Hm, über 1000 mache ich aus. Ich habe sie gesehen. Nein, ich weiß nicht so. Da, 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 da. Irgendwann bist du tot. Oh, jetzt komm, sterb doch endlich wie den Park binden. Danke. So, Leute. Hier wende ich den Park. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und klickt auf Abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und tschüss.